Kannst du Pili retten? Pili wird gerade von einem hungrigen Raptor verfolgt. Er hat nur noch 2 HP. Wenn du ihm jetzt einen Schild dran geben möchtest, lass da ein Like da. Pili kann sich dank dir heilen und hat jetzt wieder eine Chance zu überleben. Abonniere jetzt noch den Kanal, wenn Pili eine Waffe bekommen soll. Du hast Pili erfolgreich gerettet und er konnte den Raptor besiegen.